Willkommen zu Frequent Traveller TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Wir haben heute Herz, eine Mietwagenfirma, die ihre Kunden, naja, auch mal in den Knast bringen kann. Diesmal geben sie schon Rechnungen raus, bevor man überhaupt ein Auto angemietet hat. Müssen wir uns mal genauer anschauen, was bei Herz los ist. Wir haben Austrian Airlines. Austrian Airlines hat diesmal kein Flugzeug kaputt, keine Angst. Die haben aber aus 2008 noch Probleme mit einem möglichen Investor aus Saudi-Arabien. Da müssen sie Geld zahlen, weil der ehemalige Vorstand, also viele, 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 viele Jahre zurück, Scheiße gebaut hat. Und ein Gericht hat jetzt quasi entschieden. Wir haben des Weiteren dann als Thema United. Die hatten einen Flug, wo sich teilweise die Oxygenmasken, also die Sauerstoffmasken vom Himmel runtergelassen haben, aufgrund eines Fehlers und die Passagiere sind da so ein bisschen in Panik geraten. Und wir haben Polizei in Tokio. Wenn Panik, dann viel Panik. Da hat ein Passagier gedacht, er möchte sich die Küchenschürze einer Flugbegleiterin mitnehmen. Eigentlich ist die Schürze ja nicht viel wert, aber wichtig ist der Grund, warum er wollte dann riechen und diese tragen. Ja, es wird ekelhaft heute vielleicht, wenn wir das Thema besprechen. Und wir haben einen Streit zwischen IHG und Marriott. Da brauche ich eure Hilfe, inwieweit der Name, den Marriott schützen möchte, mit Holiday Inn Express zu Verwechslung führt. Ist auch eine der Fragen des Tages. Habe ich sonst noch was? Ja, Swiss, Netzwerkplanung und Revenue Management gehen aus Zürich nach Francoforte zu Hansens. Wird zentral gemacht. Haben wir auch nochmal ein Thema, was wir besprechen müssen. Ob das Probleme, Sorgen, Ängste oder Nöte bringt. Also, ihr seid dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like da zu lassen, zu kommentieren und so rege zu schauen, wie ihr es tut. Und danke, dass ihr es tut. Ja, das erste Thema, was wir haben, ist United. Und bei United ist es so, die hatten den Flug von, der war UA 914. Und dieser Flug war so, dass der Passagier vom Paris Charles de Gaulle in der 777-200 war es. Ja, es ist eine Boeing, hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass es Boeing ist. Auch wenn der Passagier das sagt. Wollte nach Washington-Dallas fliegen. Und irgendwann, bup, geht auf einem Teil der Sitze die Sauerstoffmasken runter. Und das sorgt für Panik. Er ist auch ein alter Reddit-Schreiber und deshalb kommt das Ganze auch von Reddit rein. Und den Screenshot, den hole ich euch. Ihr seht, ich muss hier am Screen wieder arbeiten. Da ist es. Da ein bisschen Außenbild herausmachen. So, da seht ihr die Gesichter, die Panik der Leute. Er schreibt auch, dass das sein zweiter Flug ist, den er da gemacht hat diese Woche. Und er flog mit der AC 872, das ist Air Canada, auch eine Boeing aus seinen Augen heraus. Ich weiß gar nicht, wo die 872 hingeht. Aber auf jeden Fall war das so, dass er am 12. Juni mit der UA 914 geflogen ist, die Sauerstoffmasken runtergekommen sind. Und was dann halt das Spektakuläre war oder wo die Panik am meisten groß geworden ist, ist einfach, weil die Kabinenbesatzung auch gesagt hat, Wir wissen gar nicht, was da passiert ist. Wir haben mit dem Cockpit keinen Kontakt. Und so ist es natürlich auch, dass das 26 Jahre alte Flugzeug natürlich schon ein bisschen Zeit auf der Uhr gehabt hat. Aber wir müssen auch hier sagen, wenn ein Flugzeug gut gewartet ist und United ist im Moment so ein bisschen in der Besolie, weil die FAA sich die Flugzeuge genauer anguckt, gerade wegen der Wartungsprobleme. Da ist es dann so, dass man sagen muss, ja, war aber jetzt kein Sicherheitsrelevanzteil, ist halt unangenehm. Und die Freunde von United haben folgendermaßen geantwortet. Am 12. Juni eine geringe Anzahl von Sauerstoffmasken sind unwiederbringlich oder beziehungsweise inadvertentlich, also nicht zurückzubringen. Ja klar, weil wenn die rausgefallen sind, kannst du nicht wieder reintun einfach. Aber runtergefallen auf dem Flug 914 von Charles de Gaulle nach Washington, Dallas. Und das ist wirklich so, dass das eine Fehlfunktion war. Normalerweise ist es ja so, dass die Maschine, die fliegt dann irgendwo 35.000, 36.000 Fuß. Die Kabinenluft innen drin ist irgendwie so 8.000 Fuß Höhe. Wenn die Kabine vom Druck her, also wenn der Druck in der Maschine nicht mehr gehalten werden kann, dann gibt es einen Alarm im Cockpit. Und zwar ist das so, dass der erste Alarm über einen Sensor geht und zwar 10.000 Fuß. Bei 14.000 Fuß ist das so, dass es da dann übrigens auch rausgeht automatisiert. So und da muss wohl ein Sensor-Fehlfunktion gewesen sein. Cockpit hat was gesehen, aber das ist auch automatisiert. Normalerweise kommt da auch eine Ansage, die ist aber auch nicht gekommen. Also insofern war es wohl in einem Teilbereich der Maschine so, dass ein Sensor halt bekloppt war. Und das Flugzeug, was da in dem Vorfall involviert war, war dann einen Tag am Boden, ist repariert worden und ist dann auch schon direkt am 14. Juni, das ist also jetzt quasi gerade gewesen, 13 Stunden von Washington, Dallas nach Tokio, Narita geflogen. Nee, Haneda ist es gewesen. Also insofern wenig Spektakuläres. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Aber wichtig ist halt, United hat einen schlechten Lauf. Es sind so ein bisschen die Austrian Airlines von Nordamerika, wenn ich jetzt böse sein will. Aber ihr könnt das ja gerne kommentieren. Wir haben ein weiteres Thema, Hertz und die haben auch einen schlechten Lauf, so wie die mit ihren Kunden umgehen. Und in dem Fall war es so, dass ein Hertz-Kunde am 15. Mai auf einem Flughafen, und zwar Vancouver, ein Auto angemietet hat. Und er hat dann, nachdem er es auch zurückgegeben hat, von der Mietwagenfirma eine Rechnung bekommen. Und zwar die Rechnung war vor der Zeit, weil der Mitarbeiter anstatt 10 Uhr abends, wo das Auto abgeholt hat, 10 Uhr morgens eingegeben hat und jemand einen Verkehrsverstoß gemacht hat, um 14.23 Uhr, sollte er 436,50 Dollar bezahlen. Man hat dann bei Hertz angerufen und hat gesagt, hier Freunde bei Hertz, Anmietung ist falsch. Man hat dann diese Zeiten geändert, hat dann die auf 10 Uhr abends gesetzt, hat aber dann gesagt, ja, aber diese 14.23 Uhr, also wo er das Auto gar nicht hatte, weil er ja auf dem Hinflug war und er konnte ja auch einen Boardingpass und alles zeigen, hat man bei Hertz gesagt, nö, das ist jetzt dein Problem. Also insofern, bei Hertz ist man immer wieder für eine Überraschung gut. Die Anmietung ist dann 436 Dollar teurer geworden, zumal man 36,50 Dollar, weil man damit noch ehrlicherweise sagen muss, dass da irgendjemand im Callcenter nicht mitdenkt. Aber wenn wir die anderen Fälle uns angucken und da möchte ich euch ein Bild zeigen, weil es gab ja damals das Problem, wo Hertz Kunden in Knast geschickt hat, weil sie Autos als gestohlen gemeldet haben, obwohl die die Autos verlängert haben, obwohl das Auto ausgetauscht worden ist, obwohl das Auto zurückgegeben worden ist und da ist es halt so, dass man da ganz klipp und klar, ja, das System nicht im Griff hat und das ist auch wieder so ein Fall, wo bei Hertz das System nicht im Griff ist. Ich bin President's Circle bei denen, heißt das President's? Chairman's Club, ich verwechsel immer bei Arbes und Hertz. Und ich habe früher mal bei Hertz mehr gemietet, aber seitdem Sixt auch in den USA ist, ich bin Sixt jünger, ich mag Sixt, weil die immer nett sind und alles. Aber wenn du halt als Kunde bei Hertz mietest, kannst du halt in den Knast kommen, weil sie halt da, ja, ein Problem haben mit ihrem System. Des Weiteren gab es ja auch Vorfälle, wo Leute, ja, sie sind belastet worden, weil sie den Mietwagen ungetankt zurückgegeben haben und haben dann quasi Sprit berechnet, aber es war ein Tesla. Also ich hätte ja gern mal gesehen, wie du so ein Tesla mit dem guten Gasolin da pumpst und also ehrlicherweise kann ich nicht verstehen. Ich persönlich gebe Mietwagen immer vollgetankt zurück, habe auch eine Costco-Mitgliedschaft in Amerika, weil Costco mit die billigsten Tankstellen hat, gerade in Kalifornien. Costco ist auch genau um die Ecke von einer meiner favorisierten Locations, wo ich das immer in Venice Beach das Auto abhole bei Sixt. Also insofern für mich kein Umweg. Und wenn ich in der Wüste bin, ist Costco einmal auf dem Weg dahin mehrfach und natürlich dann auch in der Wüste auch zwei- oder dreimal sogar vor Ort. Heißt also alles easy peasy. Aber Herz sollte mal seinen Laden in den Griff bekommen, dass man das hat. Ich meine, wenn man wirklich betroffen ist davon, ist es nicht lustig, auch wenn ich lachen muss. Aber auch hier könnt ihr unten schreiben, inwieweit ihr da mit dem Thema Erfahrung habt, dass ihr bei Herz oder aber auch bei anderen Mietwagenfirmen beschissen worden seid. Ich selber habe großes Glück gehabt, dass, wenn die mich versucht haben, über den Leisten zu ziehen, dass ich mich wehren konnte, weil ich Bilder gemacht habe vom Auto, weil ich auch mittlerweile Bilder vom Tacho mache. Aber die selber machen auch Bilder vom Tacho. Das heißt, wenn du das Auto zurückbringst, die machen ein Bild vom Kilometerstand, was ich super finde. Also insofern da keine Schmerzen. Letztens wollten sie in Dallas, glaube ich, war es von mir, noch Geld haben, weil ich angeblich einen Kratzer auf der Stoßstange gemacht habe. Gott sei Dank konnte ich mit Bildern nachweisen. Not me, Sir. Not me. Sorry. Also insofern nicht mein Problem. Wir haben dann das Thema Polizei Tokio. Das ist auch immer wieder lustig, wenn man da über die Gründe nachdenkt. Und zwar ist es so, dass die Polizei in Tokio dort vorstellig geworden ist, weil jemand an der Uniform, und zwar geht es hier um dieses Uniformteil links, das ist wahrscheinlich das Beweisstück, einen 34 Jahre alten Japaner festgenommen hat, weil er auf einem All-Nippon-Airways-Flug das von New Ishigaki Airport in Okinawa Präfektur starten wollte am 25. April. da halt dieses Teil klauen wollte. Und man muss jetzt ehrlicherweise sagen, das ist jetzt etwas, was keine 30 Euro kostet. Aber der Grund, warum er das dort geklaut hat, ist merkwürdig, weil er sagt, er wollte es tragen und er wollte daran riechen oder soll ich sagen schnüffeln. Und das ist von einer Flugbegleiterin gewesen. Und es ist halt wirklich so, dass gerade bei der Phase des Boardings Sachen geklaut werden, weil die Sachen dann rumliegen oder auch beim Deboarding. Deshalb seht ihr auch zum Beispiel Cabin Crew, dass die immer alles verpacken, auch nach der Landung. Und das ist der Grund, weil viele Sachen halt geklaut werden und die müssen das dann selber bezahlen. Und ich finde, dass das halt eine sehr creepy Geschichte ist. Wer jetzt natürlich sagt, das wäre für Japan ungewöhnlich, ja, da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, die haben ja auch so, wie wir jetzt Zigarettenautomaten an der Wand hängen hatten. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt noch haben. Gibt es da auch Automaten in Japan, an denen man Schlüpper kaufen konnte? Ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell so ist. Also ich finde das alles merkwürdig. Und das waren getragene Schlüpper, die man da dann halt wirklich auch zum Schnüffeln nehmen konnte. Ist da wohl verbreiteter Fetisch. Aber bevor wir weiter dort eingehen in das Thema. Ja, ich kenne Leute, die sowas mögen. Ich hatte mal einen Kunden, der mir ganz stolz erklärt hat, dass er von Singapur Airlines eine Uniform hat. Also diese Bekannten, die sie an Bord tragen. Und dass seine Freundin da wunderbar reinpasst, auch Asiatin ist und dem Bild einer Singapur Airlines Flugbegleiterin entspricht. Also insofern, da ist wohl ein Markt für Leute, die auf Damen in Uniform stehen. Hier verweise ich dann auf fachgerechte Gruppen. Keine Ahnung, wo es die gibt. Bei mir nicht. Wir haben jetzt ein Thema, was ich persönlich etwas irritierend finde. Und zwar deshalb, weil ich persönlich da jetzt nicht den großen Unterschied erkenne, den da IHG nicht erkennt. Oder andersrum formuliert, IHG sagt, dass die Marke IHG Holiday Inn Express verwechselt werden kann mit einer Marke, die Marriott in Verkehr bringen kann. Und zwar ist es so, dass Marriott eine Firma aufgekauft hat. Und zwar ist das die Firma mit 100 Millionen Dollar gekauft in 2023. Und das ist in Mexiko die Marke, die nennt sich City Express. Und dann hat man einfach gedacht, hey, dann lassen wir die Marke doch so sein, wie sie ist. City Express by Marriott. Und als man diesen Markennamen eintragen wollte, im Englischen heißt sowas Trademark, haben die Freunde von Holiday Inn Express oder von IHG gesagt, nee, das könnte wohl jemanden dazu verleiten, wenn man zu einem Holiday Inn Express geht, dass man dann zu einem City Express by Marriott landet. Also, dass da eine Namensverwechslung ist. Und ich bin mal gespannt, was da passiert, ob man da jetzt wirklich bei dem Appeal merkt, ob da ein Problem ist. Und man muss natürlich auch sagen, 4point Express by Sheraton, das wurde nicht in irgendeiner Art und Weise bemängelt. Vielleicht ist das denen durchgerutscht und die haben gesagt, ah, scheiße, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das in Ordnung bringen. Und deshalb seid ihr jetzt als Frage des Tages gefragt, ob das Ganze natürlich da ganz richtig eine Änderung sehen wird. Heißt also, würdet ihr in einen Holiday Inn Express gehen und dann aus Versehen einen City Express by Marriott buchen oder umgekehrt? Also seht ihr da eine Verwechslungsgefahr? Also da frage ich euch jetzt. Ich persönlich, ich glaube, ich bin mittlerweile educated genug. Wenn ich bei IHG ein Hotel suche, dann suche ich es nicht bei Marriott und umgekehrt. Aber ich bin nicht der Maßstab, weil ich als Hotel-Fetischist und Aficiando natürlich da so ein bisschen anderes Auge drauf habe. Ihr könnt das aber nochmal aus allerer Sicht sagen, kommentiert unten und lasst mich wissen, was ihr dazu denkt. Ganz wichtig. Wir gehen jetzt auf das Thema Swiss und zwar das Swiss-Thema Netzwerkplanung. Die NZZ, übrigens eine Zeitung, die ich jedem empfehlen kann, die ist durchaus empfehlenswert, hat da jetzt festgestellt, dass man in Frankfurt Begehrlichkeiten hat, wenn es um die Netzwerkplanung und Revenue-Management bei der Swiss geht. Man will das von Zürich abziehen. Carsten Spohr hatte ja auch nochmal darauf hingewiesen in einem Interview, wo er gesagt hatte, dass er, ja, der Swiss natürlich etwas mehr Priorität gibt, weil sie natürlich auch Gewinne machen, sind eigentlich die, die am meisten Geld pro Sitzplatz rausholen. Revenue-Management. Hallo? So, und jetzt ist es so, dass dieser größere Freiheitsgrad, den Carsten Spohr im Mai halt in der NZZ im Interview gesagt hat, wir versuchen aber grundsätzlich, entscheide nicht nur in Frankfurt, sondern übergreifend über die Drehkreuze hinweg zu treffen. Heißt also, diese größeren Freiheitsgrade, die gibt es anscheinend nicht mehr, weil man wirklich in Frankfurt davon beseelt und besessen ist, dass man alles besser kann als die Leute in Zürich. Und da muss man dann natürlich feststellen, ich bin mal gespannt, ob das nicht ein Fehler ist, weil es hätte eigentlich andersrum sein müssen, dass die ganzen Sachen nach Zürich gebracht werden, weil die ja anscheinend dort ihr Revenue-Management im Griff haben. Man will ja auch bei Lufthansa mehr vereinheitlichen, wir erinnern uns zum Beispiel an die First Class und an die Business Class. Bei der Business Class ist man dann bei der Swiss einen komplett anderen Weg gegangen, bei der First Class ja auch nicht wirklich. Jetzt ist man aber bei Senses angekommen, die nichts anderes ist als die Allegris, nur in Swiss-Farben. Ich bin auch gespannt, was bei der Auer passiert, ob da die Business Class in Allegris umgewandelt wird. Heißt also, dass man da dann bei den Flugzeugen, die neu kommen für die Austrieren, dort auch ordentliche Flugzeuge werden. Aber nachdem jetzt der Dieter Frans, der geht ja nach Frankfurt und zwar wird sein Themenbereich, ganz wichtig, ich muss es auch ablesen, Netzwerk-Management, glaube ich, war es, wo haben wir es, neu zusammen, künftig fünf Mitglieder, klar, klar. Globale Märkte und kommerzielle Steuerung, Hubs. So, und aus dieser neuen Position heraus ist er natürlich ein Schweizer, in Anführungsstrichen, also der nach Deutschland konvertiert zur Lufthansa, der das mitnimmt. Aber die Frage, die ich halt wirklich habe, ist es wirklich sinnvoll, ein Unternehmen, was das wirklich kann, weisen sie ja durch die Preise, da das dann wegzunehmen. Und wie findet ihr, dass Swiss die Netzwerkplan und Revenue-Management an Lufthansa abgeben muss, beziehungsweise mit dem Fragen, dass es weitergeht? Wichtig ist natürlich auch, da soll ja ab 1. Juli ein neuer Chef in Zürich sein. Offiziell gibt es da noch gar nichts, was an Wasserstandsmärkten kommt. Ich bin mal gespannt, wer es wird. Vielleicht jemand aus der Schweiz, vielleicht jemand wieder aus Deutschland, der da hingeht und dann aus der Schweiz wieder nach Deutschland geht. Man weiß es nicht. Wir sind gespannt und schauen mal, was da ist. Aber als Maßnahme ist halt jetzt wirklich das Thema, dass man dort mehr Abhängigkeit von Frankfurt hat. Man sieht es ja auch am Kabinenprodukt. Interessanterweise, wenn ich über die Kabine gesprochen habe, habe ich damals ja auch mit jemandem von der Swiss gesprochen, der auch für die Lufthansa mehr oder weniger gesprochen hat. Also insofern, man hat alles mehr und mehr verwoben. Letztes Thema für heute kommt aus Österreich nochmal. Und das ist etwas, was ich, ich hatte es mal gelesen, habe es aber verdrängt. Und zwar 2008 wollte der Kollege Al-Jabba, glaube ich war es, Mohammed bin Issa Al-Jabba genau, über einen Einstieg verhandeln bei der AUA. So, und als er das gemacht hat in 2008, hat er Zahlen vorgelegt gekriegt. Und die Zahlen sagten, dass die AUA dort 3,3 Millionen Euro Gewinn macht. Die echten Zahlen waren aber Verlust von 200 Millionen. Und das war absehbar. Und der damalige CEO der AUA, also ein Vorstand, und das muss wohl Alfred Oetsch gewesen sein, ich persönlich kenne ihn nicht, hat ihm diese falschen Zahlen genannt. Und daraufhin hat er dann gesagt, mir habe ich keinen Bock drauf. Also er entscheidet sich natürlich dagegen, die 150 Millionen Euro zu geben und 20 Prozent an der AUA zu erwerben. Natürlich nicht für ein schlechtes Geschäft, weil er versucht sich, also man hat ihn ja versucht, über den Tisch zu ziehen. Also ist es so, dass er jetzt die verklagt hat. Die AUA ist ja dann per Notverkauf mit 500 Millionen Euro mit Gift, klar, die Braut war ja quasi nicht mehr hübsch, war ja pleite, an die Lufthansa vercheckt worden. Und man möchte halt jetzt Schadensersatz von der AUA haben. Und er hat die AUA verklagt. Und er ist jetzt bei der Gerichtsverhandlung, auch irgendwie da beim ORG Wien, weitergekommen, weil die Berufungsverhandlung, die die AUA natürlich wollte, sie ist abgewiesen worden. Sie haben gesagt, nö, nö. So, und jetzt ist die AUA soweit, dass sie über einen Schadensersatz mit ihm diskretieren will, dass man da halt wirklich die Schadensersatzforderung, wie die Salzburger Zeitung berichtet, bezahlen möchte. Aber das Spannende an der Geschichte ist, wir reden hier über einen zweistelligen Millionenvertragstrafe. Also das heißt, das ist richtig Knete. Und das ist für die AUA natürlich auch schlecht. Daran sieht man, dass es dort auch einige Leichen im Keller gab, wo man dachte, das machen wir eben mal weg. Und 2008, 2024, 16 Jahre ist die Bude schon quasi in der Luft von der Lufthansa dann logischerweise, aber auch das Thema nicht gelöst. Und die sollten jetzt gucken, dass man das löst. Und er sagte auch, dass diese, ja, die Lösungen ein Verdienst sind vom Vorstand. Und dass man da halt, Annette Mann im Besonderen sagen soll, dass sie da eine Lösung möchte. Naja, nun gut, man kann natürlich jetzt sagen, der Vorstand will eine Lösung. Super Sache. Aber auf der anderen Seite muss man auch überlegen, die haben wie viel 1, irgendwas Millionen an Prozesskosten gehabt. Ich habe die Zahl irgendwo gehabt. Die Prozesskosten waren hier, ja, also 1,3 oder irgendwas haben und dafür will er halt einen zweistelligen Millionenbetrag haben. Also insofern quasi mit nichts Geld gemacht. Kann ich verstehen, weil ich würde auch nicht gerne beschissen. Interessant, dass er damit durchgekommen ist. Ihr seid jetzt nochmal dran erinnert an die Frage des Tages. Und zwar die Frage des Tages ist hier ganz klipp und klar zweigleisig. Einmal natürlich die Frage, würdet ihr, wenn ihr bei einem, ich muss den Namen wieder ablesen, City Express bei Marriott oder einem Holiday Inn Express übernachtet, würdet ihr da den Unterschied nicht merken? Und die andere Sache ist, wie findet ihr, dass die Swiss quasi die Netzwerkplanung und das Revenue Management abgeben muss nach Frankfurt? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ich weiß auch, dass einige Leute von euch Lufthansa-Aktien haben. Die hatten ja letzte Woche einen schlechten Lauf. Sagt ihr, dass das Sinn macht als Unternehmer und damit als Aktionär für euch auch oder nicht? Kommentiert unten. Ich freue mich auf eure Kommentare, sage nochmal Danke, wieder viel Spaß, dass ihr heute dabei wart. Und ich gebe euch den Abspann wie immer. Danke euch bis morgen in alterne Frische. Und schaut das Video Kreditkarten. Ja, ja, ganz wichtig. Kostenloses iPhone mit MacBook Kauf oder 4.000 Dollar Umsatz mit irgendwas anderem. Schaut es euch an. Also, jetzt bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020